Mann, jetzt schmiert das von unten, es gibt denjenigen gleich eine Kopfnuss, weißt du das? Borrecht mich der scheiß Stein auf! Das ist der Big Ben. Ja, das sagt jetzt alle vier Schläge. Ich kann dir gleich mal die Hose aufmachen und dir den Big Ben zeigen, Junge. Blöd, Mann. Ja, da kannst du dich ruhig rumgucken, wenn dir das wieder peinlich ist, dann reiz mich nicht. Können wir bitte gehen? Können wir... Nee, hör mir zu! Können wir bitte gehen! Wohin? Weg! Warum? Auf diese Pisse hier keinen Bock hat! Detlef, und du? Schachtisch. Schachtisch? Surget. Surget? Edi. Edi? Das Aussprechen, das finde ich schon ziemlich schwierig. Wo heißen die Peter oder Michael? Ist nicht so schmerzempfindlich, ne? Ich bin eine völlig harte Sau. Super, das habe ich mir doch gedacht. Also sonst machen wir das tatsächlich auch mit Kindern, das heißt theoretisch... Ja, aber Kinder haben auch nicht so brutal viele Haare da, ne? Wow! Und? Ah, das ist heiß, du Affenjunge, ey! Wie heiß? Ja, ganz schön heiß! Oh, jetzt wird das heiß wie Schwanz, ey! Ja? Oh, ist das heiß, ey! Ich könnte euch einen fechsen, ehrlich!